Und warum überhaupt Tiger and Turtle? Habt ihr eine Idee, warum könnte es Tiger and Turtle heißen? Wofür steht der Tiger? Ach so, ja Geschwindigkeit und dann doch diese Langsamung. Weil Turtle, also Schildglöte ist ja mein Lieblingstier. Ja, das ist schön. Das ist schön. Ja, angstbezwungen, ab zum nächsten Abenteuer, oder? Wir gehen jetzt in einen Hochofen hinauf. Und zwar den Hochofen 5, das ist unser Besucherhochofen. Dann kann man Tag und Nacht raufgehen, 24 Stunden, 365 Tage. Koks ist ein Stoff, der zum Befeuern genutzt wird oder gebraucht wird. Dazu kommen dann verschiedene Erze und Zuschlagsstoffe. Dieser Splitterschutz aus sogenanntem blauem Beton würde jedem Bombenabwurf standhalten. Und auch heutige Bunkerknacker oder was weiß ich, würden an diesem blauen Beton nicht viel Freude haben. Und durch die Braunschweiger Bewährung da drin fallen und lösen kleine Sandkörnchen raus. Selbst wenn man oben mit einem großen Hammer draufhaut. Was hat er gesagt? Geh mal, geh mal. Als nächstes haben wir den Karl! Einen großen Applaus für Karl! Geht das, Leute? Wenn ich meine Kaspersen bin, dann machen wir die Kaspersen. Ich kann es nicht sagen, ich habe Geld, 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 Geld und von der Hütte. Ich habe mich mit Hosen und ich bin mit Hosen. Ich bin mit Hosen und ich bin mit Hosen. Ich bin wie ein SmartKritter, ich bin mit Hosen und ich bin mit Hosen. Wenn du nicht mein Lerks hast, dann kannst du fast forward. 99 Problems mit einer B***h A1. Hit me! 99 Problems mit einer B***h A1. Wenn du eine B***h A1 hast, dann hab ich meine B***h A1. B.J. One, hit me! 99 Brums für den B.J. One! Was ist Poco? B.J. One! Einen großen Applaus für den Kai! So, weiter geht's mit Kai! Und so! Ja, immer!